Ehrenmoderatorin Susi hat ein Video zusammengeschnitten mit dem Titel Best of Matty Clips Januar bis April 23. Das Witzige ist, ich habe letzte Woche angefangen auch an so einem Video zu arbeiten und schon mal Clips gesammelt, weil es sowas lang nicht mehr auf meinem Kanal gab. Aber jetzt denke ich mir so, cool, weil das die liebe Susi macht. Na, dann muss ich das ja nicht machen. Deswegen gehen wir rein da. Die liebe Susi hat sogar genau die Musik rausgesucht, die ich auch immer für solche Videos benutze. Nämlich, wie heißt das mal? Playing Around the House, glaube ich, von Epidemic Sound, meinem Partner. Link ist in den Stream Panels im Chat und auf YouTube dann in der Videobeschreibung. Best of Matty Clips Januar bis April 23. Jawohl. Kind 4 ist Papa. Kind 4 wird dann einfacher. Kind 4, weil wir verheiratet sind, ist dann einfach instant mein Papa und gut ist, Digga. Was? Ich habe euch das Prozedere erklärt, wenn man unverheiratet ist und ein Kind hat, dann bin ich, solange ich offiziell die Vaterschaftsanerkennung nicht unterschreibe, dann bin ich offiziell nicht der Vater vom Kind. Das bin ich erst, wenn ich beim Amt unterschreibe, ja, ich bin der Vater. Und wenn auch Roxy schreibt, ja, er ist der Vater. Erst dann bin ich der Vater. Und wenn man verheiratet ist, ist das so, Kind kommt zur Welt, bam, du bist der Vater. Punkt. Auch wenn es biologisch nicht dein Kind ist. Und so meinte ich das. Viel, äh, weil wir verheiratet sind, ist dann einfach instant mein Papa und gut ist, Digga. So meinte ich das nicht. Verstehst du? Mystique. X-Men. Als Domina arbeiten? Warum trinke ich denn vorher? Winde. Well, that escalated quickly. Leo und ich haben vor bald vier Jahren, oh mein Gott, einen Podcast zusammen aufgenommen. Und wir haben diesen Podcast nie veröffentlicht. Und dann in diesem Stream vor zwei Wochen, drei Wochen, haben wir mal reingehört, was haben wir da eigentlich so gelabert. Und das war einfach so das Erste, was sie gehört haben. Ja genau, aber das gab es auch schon auf YouTube, weil die Challenge ja schon ein YouTube-Video wurde. Ja Tobi, grüße in dem Videoschnitt. Es macht immer Spaß, Tobi beim Leiden zuzusehen. Absolut. Doch was ist überhaupt ein NFT? Kunst in echt. Kein Nach... Also warte, ich verdecke mein eigenes Gesicht hier. Ich bin schockiert, weil... Ah ja, Zufall? Ich glaube kaum. Ja genau. Oh nein, oh nee. Warum klippt ihr dann immer, wenn ich flashe, Bruder? Das ist immer so unangenehm zu gucken. Mal gucken, ob ich es hinkriege, ohne zu flashen. Äh! Einfach Doublelift geflasht, Digga. Ich flashe den Doublelift! Da waren noch nicht meine Akustik-Panels befestigt. Hört ihr das? Wie krass der Raum noch am Schallen ist hier? Ich hab gar nichts gemacht. Oh magisches Dream Deck findest du nicht auch? Haidu ist der bestaussehendste Mann auf diesem Planeten. Aber keineswegs! Frechheit. Oh magisches Dream Deck. Wenigstens in Deutschland? Nein. Wenigstens in Berlin? Guck dich doch mal an, na... Irre misshandelt. Ist Haidu wenigstens der schönste Mann in seiner Wohnung? Läll. Ausgerechnet Tung macht... Läll. Oh, schön zusammengeschnitten. Krass, du musst den Clip extra raussuchen, Susi. Oha, voll viel Arbeit. Ja, das Lustige ist, Haidu und Tung haben zusammen in einer WG gewohnt. Das heißt, wenn das magische Stream Deck sagt, Haidu ist nicht immer der bestaussehendste Mann in seiner Wohnung. Und das mit Tungs Stimme, wobei die zusammen in einer WG gewohnt haben. Mega lustig. Deswegen lache ich mir hier so komplett ein ab, ohne dass ihr versteht, warum das so lustig sein soll. Ach nee. Wisst ihr, was er original, 100% original getroffen hat? Mein Ass, Digga. Seht ihr das, wie der Pullover hier so aufliegt? Warte, das muss ich euch zeigen. Das ist original so. Ich zeig euch jetzt mein Ass, okay? Was ist das? Das sieht immer so aus. Das liegt genau. Warte, ich stelle mich genauso hin wie der Matti da, okay? Warte. Mann, ey, das ist doch so dumm. Es ist original meine Körperform. Ach Mann. Frechheit. Der Stuhl der Verdammnis. Oh nein. Ah, das war noch in Berlin, okay. Mein Herz, Alter. Oh, Mann, dieser Drecksstuhl. Ich raste aus. Und genau deswegen sitze ich jetzt auf diesem wunderschönen Stuhl hier. Da gibt es bald ein paar Infos zu, Freunde. Wir haben jetzt Mai. Da gibt es bald Infos zu. So, Ding nämlich. Ach so. Ich habe es schon wieder falsch gelesen. Ich habe wieder The Brother Ring gelesen. Und war so, hä, warum denn Brother Ring? Probier mal Brother Ring. Das findest du safe nicht. Brother Ring. Okay, das kenne ich jetzt auch nicht, das Wort. Gucken wir mal. Brother Ring. Weißt du, Brathering? Wie lang es aber gedauert hat. Dieses Ratter, Ratter, Ratter. Es hat so lang gedauert, bis ich es gecheckt habe. Wenn ich Brathering eingebe, dann sagt er Brathering auf Englisch Fried Herring. Hast du davon? Rache ist Doppelblutwurst, Digga. Nein, mach nicht Doppelrache. Nein, mach nicht Doppelrache. Es ist Doppelblutwurst. Digga. Ja, der Julian. Der Disrespect, der musste nicht sein. Der Letzte, der mich da noch holt. Der 5 Pixel, Matti, der findet das gar nicht gut, Digga. Der letzte Überholmanöver, das war unnötig. Wenn Holy das Video einfach neu lädt. Wie gibt es das? Im Iris-Schwinglich-Video habe ich euch ja gesagt, dass jeder einzelne YouTube-Kanal, der in das Partner... Oh, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Vor ein paar Wochen habe ich ein Video über den... Was ist passiert? Ich halte hier so meinen Holy. Ich stelle den auf den Tisch ab. Das Video lädt sich neu. Einfach die F5-Taste touchiert. Aber das sind schon ganz lustige Clips. Vor allem auch so Oldschool-Clips. So gefühlt ist das schon wieder ewig her. Also Susi, solltest du noch mal Bock haben, in ein paar Monaten wieder so ein Video zu machen. Ultra gerne. Wenn man die wieder schwitzen sehen will. Will dich einfach mal wieder schwitzen sehen. Ja, genau. Ja! Hoshi TV, 100 Euro. Hoshi TV jetzt im Stream. Checkt der Community 50 Abos. Wahrscheinlich. Hoshi, was ist denn mit dir? Hä, war das abgesprochen? Hast du darauf gewartet? Ich bin so verwirrt. Also wirklich dickes, dickes Dankeschön, Hoshi. Für deinen ganz dicken, fetten Support. Ich weiß es wirklich verdammt zu schätzen. War nicht mit mir abgesprochen. Crazy, Alter. Das war Zufall. Was? Du laberst. Er wollte mich schwitzen sehen. Für den Kontext. Falls ihr es vergessen habt. Er hat geschrieben, ich will dich schwitzen sehen, Matti. Guck mal da. Oha. Das ist für dich, Hoshi. Die zwei Flecken da, siehst du die? Die sind für dich. Mein Freund. Mein Bruder. Die sind für dich. Mit Widmung. Sechs Leute fahren Achterbahn. Was denkt ihr? Digga, legendär. Ich habe einfach echt Rollercoaster Tycoon gestreamt letzte Woche, ne? Digga, wir müssen unbedingt weiter streamen. Ihr denn über die Achterbahn? Diejenigen von euch, die schon fertig sind damit? Ah, hier. Gedanken. Suizid war großartig. Okay, was denkt ihr zum Riesenrad? Ich will was Spannenderes. Als Gott ist das hoch. Ich mache daraus ein Video für meinen Gaming-Kanal. Ich habe ungefähr zehn Leute, die gesagt haben, ich finde Mattis Zuhause zu langweilig. Aber die Gruselvilla habe ich Mattis Zuhause genannt. Da haben Leute geschrieben, ich finde Mattis Zuhause zu langweilig. Ich habe zehn davon einfach ertränkt, einfach ermordet. Und plötzlich war es still. Plötzlich hat keiner mehr sich beschwert. Seht ihr dann auf meinem Gaming-Kanal, sobald ich es fertig geschnitten habe. Und das kommt jetzt. Was ist denn euer Problem mit dem Geisterhaus? Oh mein Gott, das ist euer Problem mit dem... Für mehrere Tage konnte man nicht in den Park, weil ich hier den Weg aus Versehen entfernt hatte. So. Die Leute konnten sich nur im Eingang aufhalten. Oha, eine OG-Endcard. Hä, wie cool. Wie cool ist das denn? Voll nice. Und mein Kanal zum Abonnieren verlinkt. Alter Susi, danke, danke, danke schön für das coole Video. Sehr, sehr, sehr schön auf die Art und Weise jetzt wieder so einen Blick in die Vergangenheit gehabt zu haben. Fand ich sehr cool. Und falls ihr das letzte Matibast auch verpasst habt, dann klickt einfach mal hier drauf. Richtig lustige Clips auch dabei gewesen. Gönnt euch den haben. Musik Musik Komm schon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017